hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play skyward mit mods ja wir sind immer noch in dieser zu luft oder im zu luft oder so ähnlich ruine schwer auszusprechen auf jeden fall aber die zwergensprache ist hier auch schwer und wir laufen jetzt weiter ich habe schon gesehen durch meinen falken dass da einige sind die holen wir uns jetzt werden und zweiten aus und da behauptet jemand er hätte mich komplett gesehen da kommt wir müssen ein bisschen unsere störungshaube trainieren wenn ihr um die ecke geschnurrt kommt auch noch ein schattenmeister die einen so viel aus aber auch die fallen irgendwann um sehr schön so plündern wir dich mal auch nicht schlecht das ist schlecht so jetzt muss man überlegen die anderen der eine ist ja weiter gelaufen der dürfte also da um die ecke liegen genau ok nicht nur wie zu gucken wir mal kann alles gebrauchen verkaufen wir alles machen ja die tragen ordentlich gutes zeug mit sich rum die generos thema kreisel das andere ist zu groß da oben so mal gucken experte dürfte ja noch ganz gut klappen gut dass sich gleich losgeht noch ein bisschen weiter links ernsthaft jetzt aber ach du scheiße entschuldigung das sind doch diese drachen fischer die mit einschlag ein killen können müssen wir uns schon vorbereiten also de facto darf der uns nicht kriegen ich versuche das jetzt mal relativ clever zu machen ich hoffe der ist jetzt wirklich bewusstlos geworden gelähmt sonst sieht es nämlich für uns echt bitter aus ach du kann das sehr schnell wir müssen jetzt echt drauf hoffen dass es uns nicht einholt okay okay das schaffe ich es doch nicht ja ist schon krass dass es solche leute gibt die diesen todeshauch beherrschen na bogen hast du dich mal wieder aufgeführt langsam komm schon danke danke so lebende rune ich glaube noch einen so einen treffer der ist hin müssen wir sind nur bis hier reinlocken okay das hat gereicht sehr gut ja sowas dann halt auch immer ein bisschen übertrieben dabei hat er nicht mal irgendwelche geilen sachen dabei er sollte sich schämen nach die treffer hat man von uns gar nicht genommen egal jetzt gehen wir erst mal zu dem der raum wenn ich richtig gesehen auf war ja ansonsten zu moment die platte die mit ich kann mir gut vorstellen dass der die alle kalt gemacht hat aber das liegt ordentlich so ah kiste okay okay oh schön sehr teuer verkaufen 35 das reicht nicht okay jetzt lass mich noch mal kurz was gucken vielleicht können wir abkürzen nein können wir nicht da steht nicht timmelsrand okay dann gehe ich jetzt was verkaufen holte noch mal diese eine sache die aus der kiste fehlt und wir treffen uns bei dem tor wieder bis gleich so da sind wir wieder bei unserer tür mal schauen wie es jetzt weiter geht hallo ist hier jemand ja aber jemand der nicht mehr lebt wissenschaftler zur note ja bis hin sind sie gekommen da oben steht ein pharma ob wir den messern können das ist ja ein langer gang werden nicht allzu viele genau rumstehen ne das noch so ein kaurus typ scheiße ah entschuldigung so hier ich hab den ich hab den beholt aber viel Spaß damit nein 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 ich treffe nicht ne jetzt treffe ich ja das ist ja meine ahm nicht dass er vielleicht feindlich dadurch wird stimmt wir müssten ja eh unser heilzaufe ausbauen healing plasse wir sind freunde trotz allem oder warum ich gerade getroffen habe ja wir sind freunde sehr schön wir sind freunde so wo sitzt der kollege da oder ja ja so richtig toll hat er jetzt aber auch nicht getroffen muss man ehrlich sagen das hätte besser gekonnt das hätte besser gekonnt ich will mal platt ist gut der wagen ist nicht gut also kommen wir an dass man will für verkaufen nicht gut ich glaube den firma bald kann man gut einschmelzen wenn man das möchte ich sehe es doch nur ein ich glaube euch aber nicht dass da nur einer drin steht in so einem großen raum ich bin auch immer sicher was hat meister ok drei stück der sieht nicht besonders aus ja 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 echt durch beide durch ok so im kurzen wo sich aufgeladen hat wisst du was wir versuchen mal mit frost nova in kombination flammenmantel können wir erst kurz an machen dann machen wir noch frost nova mal gucken ja wo ist der andere hin Per Zufall gestorben Herzinfarkt erlitten Wir wissen es nicht Wir munkeln Ne, ein Witz Wo ist denn der hin? Tun wir es weh? Stimmt Auf jeden Fall nicht genug Keine Ahnung wie der gestorben ist Als ob das mal in Frostnova war Ich denke jetzt eher mal nicht Dafür halte ich die ein bisschen für zu schwach Ah, schade Die Kieser hätte ich nicht mitnehmen müssen Das ist eigentlich gar nicht gut, aber Jetzt haben sie Inventar Sie rauszufummeln dort auch Also von daher, was soll's So, großer Raum Wir halten uns mal rechts Oh, ist da noch was versteckt Ah, ein Synode Ein Mensch Gewicht 2, wird 25 Okay Das ist die selbe Zwergspinner Zorn oder das Totem So Ich bin ganz unbedarft Auf die Tür zu Was soll schon schief gehen? Ach, das sind die Dinger Die kamen mit dem Mod dazu Die machen Schaden Im Nahkampf Aber können auch Distanz Der Distanz ist nicht so stark Die haben sozusagen zwei Langschwerter Auf dem Kopf montiert Sind ganz langsam Also in der Distanz kann man die gut holen Im Nahkampf machen sie ganz schön Schaden So, ein Jender Den würde ich sagen Holen wir uns damit Unser Feuerzauber Ich werde nur, dass der Bogen wieder voll ist Das ist immer schwer abzuschätzen So, also eigentlich kann der nicht so ewig brauchen Ehrlich? Hast du die Mathe zu gucken? Bis zur Seite im Sprung oder? Huch Ich wollte eigentlich das machen Für eine sinnliche Leiche Ja, komm halt So, nehmen wir Nehmen wir Nehmen wir Immer noch Ja, das sind die zwei Zwei Da sind wir bestimmt gleich voll Wenn die zweite Leiche finden Da ist sie Weil die dürfte ja auch nochmal Dasselbe haben Na, ganz versorgen Und ich will Können auch ein Stückchen Das ist nur eine Bank Firma Schale Firma Kreisel Metallplatte Buch Kreisel nochmal Balken brauchen wir nicht Getrieberad nehmen wir So, das ist nur ein Teil Von denen Jetzt haben wir hier oben noch Ein Balken Massives Metall Brauchen wir auch nicht Schrottbuch Oh, die Schalen können wir mit Ne, die sind nur gut Ok, hier wurden schon ein paar Fallen rumgehauen 20 on top, das ist zu viel Und du bist Und du bist Preis-Leiste eigentlich auch nicht gut Allerdings geht es dann gleich hier weiter Kommen wir dann Himmelsrand raus wieder Nein Da ich jetzt wieder verkaufen muss Nehme ich das jetzt aber einfach mal mit 18 Wäre auch zu viel Dann das Schild noch mit Einfach nur, wenn ich ganz leer laufe so und ja, wie gesagt, ich gehe verkaufen und dann treffen wir uns bei der Tür hier wieder, bis gleich okay, wir machen mal eine kleine Unterbrechung hier meldet sich gerade ein Drache zu Wort den nehmen wir natürlich mit so ich wollte ja eigentlich hier nur verkaufen gehen, aber wenn uns Drache hier angreift dann huch was soll das definitiv nicht ein Nahkampf definitiv nicht Drache kann einen auch fressen, wenn man volle HP hat Bar Helfo ich schau mal, wo Bar Helfo hin will beschützt das Tier, kannst du mal auf den Weg gehen? okay ja, das ist doch gut gelaufen was mit dir die genaue Natur meiner Forschung ist leider geheimlich so, du willst ich kann euch verraten, dass sie äußerst wertvoll ist ich glaube, niemand ist sich hier weg ich brauche und bitte das ja, ich weiß, du willst ja irgendwelche Fässer haben so, gucken wir mal da ist ein Zahn, paar Knochen Schuppen Asche und natürlich eine Seele dann machen wir direkt weiter wieder zurück zu unserer Quest so, da sind wir wieder bei unserer Tür und mal schauen, was hinter Tor Nummer 3 ist tschüss das ist ein Centorio gegen Centorio kann man, kann eh nicht viel machen wir können natürlich versuchen, ihn abzulenken sie meinten ja, wer ist da für gut? der? ja, das muss mal okay ja, wir haben die Koblenstrategie ich denke nämlich nicht, dass er hier durchpasst du bist zu dick oh, das macht zwar ordentlich Schaden jetzt auch nicht übertrieben viel und jetzt warten wir ab, bis er hin ist zack cool, haben sie auch gedacht dass die Pfeile nicht stecken bleiben sondern runterfallen klar, man schießt ja hier auf ein Stück Metall können höchstens sich irgendwelche Scharnieren oder sowas festklemmen oder Schläuchen so, was hat der denn Schönes? ich nehme das zurück der hat nichts Schönes einfach nur ein großer, böser Gegner ja, so auf der Distanz ist das ganz okay im Nahkampf habt ihr ja gesehen der hat mein Grade ziemlich weggeschmissen hat ja auch ein paar Pfeile mal umgehauen ah, viele hatten die aber auch nicht ausgerüstet also das war jetzt auch für ihn dann nicht so eine Herausforderung die war nicht toll nee das stimmt gerolltes Chemblitz das ist auch gut Barren kann man immer gebrauchen sei es nur um was zu schmieden um es dann zu verkaufen kleinen Moment Leute ich mache mal für euch vor allem ich sehe viel aber bei der Aufnahme ist ja nicht erfahrt wie es ist ein bisschen dunkel ich mache ein bisschen Licht hier sind ja gerade in keiner Gefahrenzone ah, Truhe Schlüssel zum Observatorium ok, gut dass wir lange gegangen sind den werden wir also gleich irgendwo brauchen weil wir sind schon alle Wege abgegangen die es bisher gab außer in dem großen Raum das heißt wir haben auch nichts verpasst es muss sich folglich da befinden oh, da ist noch was ja, die nehmen wir mit ah, da ist noch eine Schüssel versteckt nee, das gehört dazu alles klar Thema Empfang das sieht für mich alle jetzt auch aus wie eine Schüssel aber egal ok dann zurück zum großen Raum so, da drüben geht es mal oben das wird mit Sicherheit das Observatorium sein aber lasst uns schauen hier in der Ecke waren wir ich meine hier rechts hatte ich noch hoch soll ich springen danke hätte ich noch irgendeine Tür gesehen ok aufschließen Meister ok das wird mich bestimmt einige Dietrische kosten boah obwohl ich vorsichtig war ok wir tarieren aus wir haben über 200 Dietrische das wird wohl noch zu machbar sein na, komm, ein Stück hoch ok dann müssen wir jetzt die ganz kleinen Schritte gehen ganz kleinen Schritte zack bin ich gleich mal 20 Grad ok ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher wo ich hin muss heißt normalerweise guck mal so ein bisschen die Ausrichtung ja hin und kann dann tarieren aber ich habe es per Zufall noch keine annähernd richtige Richtung getroffen da geht ein Stück da geht ein Stück ok aber wir waren schon näher wir waren schon recht nah ungefähr hier mal gucken wie weit wir kommen ist das schwer gut das war doch ein Meister das war schon wieder zu viel ne so jetzt schauen wir mal das wäre genau über der Schraube ein Stück rechts ja das war's die nutzen wir doch auch gleich ich weiß auch genau wo ich hin will wir geben uns ein bisschen Ausdauer dazu und wir machen unsere Schwererrüstung ein bisschen leichter wo ist sie das war wenn ich mich täusche der Pfad hier genau schwererrüstung liegt noch halb so viel und wir verlangsamen uns auch nur um die Hälfte sehr schön hier können wir es mir schleppen so und das ist der ganze Raum hier eine Kiste und sonst nix boah da ist ja noch nicht mal richtig was wertvolles drin ah hier erwähnt es das nach einer Erzart die nehmen wir natürlich mit ja ansonsten ist hier wohl nix also richtig gelohnt hat sich das nicht finde ich was macht denn jetzt ok auch ganz komisch als wenn er versucht hätte zu bücken und zu rennen gleichzeitig naja ne da waren wir schon von da sind wir nämlich gekommen ursprünglich kleinvieh macht auch Mist hoch ah das ist so und das Heimatzelt ah cool Trosteleider kann man mal schön nehmen für äh Trieber cool die Kiste hier die quasi kein Schloss hatte nicht mal ein läppisches ist fast genauso gut gewesen wie die die hier drin mit super schweren Schloss gefunden haben naja wahrscheinlich ist es zufällig was drin ist und hat einen gewissen Bereich und der Wurf war für uns wahrscheinlich schlecht gewesen ah Schlüssel notwendig genau dann ist das nämlich das Observatorium andere Schlüssel hatten wir nämlich nicht bekommen die drillen und und c sib auch sind tiempo vielleicht Okay, das dürfte dann der richtige Weg ins Observatorium sein. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um Stopp zu machen. Ich schätze mal, es kommt nicht gleich ein Bosskampf oder ein Rätsel oder irgend sowas. Und das würde ich gerne am Stück machen. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant. Würde mich natürlich übernennen, ein Like freuen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!